Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Heute habe ich die liebe Merbe bei mir. Die hat jetzt bei uns vor zwei Wochen die Ausbildung angefangen und heute bekommt sie eine schöne Frisur. Und zwar ist der Longboard wieder topmodern und den kriegt sie heute verpasst. Und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.